Und Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tyronic, mal hier ist der Ray. Ähm, ich will mich erstmal entschuldigen für das abrupte Ende, äh, und, ähm, ich will, ja, entschuldigung, gar nicht so um den heißen Roy reden, wir machen einfach weiter, sofern ich denn weiß, was ich machen wollte. Oh, schöner Grafikfehler. Hm, okay, hier war die, oder war die Hibana-Truhe zumindest? Äh, jetzt weiß ich gerade nicht, wir mussten noch ein, ähm, Dingens holen, ein, äh, ein Juwel, ich weiß auch, wo es ist, wissen wir noch nicht, wie wir hinkommen. Hm, äh, keine Ahnung, aber so lange können wir ja mal hier ein paar Gegner killen. Hm, hm. So, für die, die es interessiert, Hammerwatch wird auch bald weitergehen. Aber ich hab meinen Fokus erst mal auf Tyranic mal gelegt, einfach so. Äh, nee, hier wollte ich nicht hin. Hier runter will ich gehen. Genau, die, die Dinger haben wir runtergelassen, die Kronenleuchter, äh, ist noch die eine Frage, was mit den drei Söhnen ist. Ja. Bring mir meine drei Söhne, sagt er, die, das. Gib mir meine Söhne, sagt meine Söhne. Genau. So, Entschuldigung. Eins gehörte ich der Gefolgschaft der Königern. Die Königin hatte drei Söhne, tragischerweise schlafen sie genau eins gehörte. Ja, so, der lag das gleiche, okay. Hey, die Jahreszahl haben wir ja oben eingegeben, das ist klar. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo wir lang müssen. Na komm, na komm. Ja, wir gehen jetzt einfach mal, ja, da. Irgendwo, weil die Rüstung, die wir kaputt gehauen haben. So, mal kurz überlegen. Ach, hier ging es glaube ich zu, genau, ja, 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 hier haben wir die Dinger umgestellt und sind doch runtergefallen. Wir fallen jetzt auch einfach spaßeshalber nochmal runter. Platsch. Ich würde sagen, wir gehen nochmal links lang. Dreckshund, ey. Dreckshund, peng. Wann, ach, ich habe eigentlich schon neue Level, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir gerade erst 20 geworden sind, daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ist zwar erst eine Woche her oder sowas, aber trotzdem. Ja, hier waren wir auch schon, ist klar. Aber hier musste man doch auch manchmal irgendwas machen. Hoppala. Ja, Dreckshund. Ah, okay. So viel zur neuen Level. Level 29 reicht. Kappel steigt um 13. Stärke steigt um 3. Sehr schön. Und Abwehr steigt um 2. Und Glück steigt um 1. Ja, sehr gut. Was hat das nochmal mit diesem Raum auf sich gehabt? Jetzt habe ich mich letztens schaden, aber eigentlich weiß. Okay, äh. Wie ging es denn nochmal weiter? Wie ging es denn nochmal zu dem vierten Ding? Eigentlich habe ich das, was wir jetzt als letztes noch holen müssen, immer als erstes gold. Oh, mein Ohr kratzt, Sekunde. Mein Ohr juckt mir eigentlich natürlich, ich kratze es. Nein. Dann müssen wir hier hoch. Was war nochmal hier? Gute Frage, was war nochmal hier? Peng. Ach, was war das mit den Jahreszahlen hier? Genau, richtig. Ansonsten war der Raum, glaube ich, zu nischt zu gebrauchen. Ah Mist, gilt. Naja, egal. Truf gesch- Schade. Ah, bei der... Ah, am Anfang der ersten... Oder der nächsten Aufnahme muss ich immer erst mal ein bisschen rumgehen. Bevor ich fit bin. Warum auch immer. Tududu-Din. Tudu-Din. 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 Hm. Hm. Ich gehe jetzt einfach... Ach, aber hier oben ist nur dieses Rumgetrunner. Das ist auch Quatsch. Ich komme nochmal in das vierte Juwel. Ja genau, hier haben wir den Stuff erledigt. Ich hab's vergessen. Wann mittlerweile ziemlich schicken Schaden, gell? Müssen wir mal kurz so feststellen. Hier war das mit der Rumhüpferei, gell. Da hab ich nämlich überhaupt keinen Bock drauf. Ja, komm. Ja, nee, da hab ich nicht so Bock drauf. Gehen wir lieber andersrum einfach. Ähm. Oder wir gehen noch mal raus. Das kann's auch sein. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich glaube, es war wirklich rausgehen. Da, wo wir den einen Juwel geholt haben... Den einen. Wir haben eigentlich alle drei aus derselben Tür raus. Aber naja. Kaputt. Okay, noch mal hier rein. So, dann... Ja, hier rechts sind wir. Schnell, bevor die Knochen umstreffen. Oh. Ja, so viel zu. So. Durch die Küche durchfliegen. Und hier links. Und hier links. Musste ich... Konnte ich hier nach links gehen? Ja... Doch, sieppler, als ich dachte. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Hier sind wir richtig. Achso. Nein. Halt die Klappe. Die... Hallo, Öffern. Hallo. Aha, geht doch. So. Hier sind wir richtig. Was ist los? Was ist denn? Ne? Komm doch. Okay. Äh... Du didiidi. Komm schon her. Ihr Saft-Säcke. Ihr habt nichts drauf. Außer Zahnbelad. Oh, alter Spruch. Wo ist denn? Kein Problem. Warte, hier ist eine Tür. Und hier nicht. Okay. Nein Oh, hab ich grad mies meinen Kopf geknackst, ey Das müsste grad mal sein, wenn ihr das gehört habt, tut mir leid Komm Na komm, na komm schon Achso, der Woll, ach Quatsch, Mann Oh, er rutscht, boah, ganz ruhig Oh, Junge, ey, du gehst mir auf die Nüsse Also, sehr gut Der hier grad hinterher Ah, too easy, too easy Okay, hier kommen wir wieder raus Jawohl, hier ist was kaputt Fluffy Huch, wir sind ziemlich hoch Mir wird schwändelig Ray Schau dir die Wand des Turmes auf der anderen Seite Da Die Schlange mit dem Auge Das Drachenauge leuchtet in der Wand Das soll Drache sein? Sicher ein wertvolles Juwel Super, doch wie komm ich auf die andere Seite? Soll ich dich wie ein Huhn durch die Luft eiern? Achso, bingo, ich werde dich anschubsen Damit du vom Fleck kommst Drei, zwei, eins Los, oh, oh, holy shit Ja, warum nicht? Wer kann, der kann Der Topaz sitzt im Auge der Schlangen-Skyptur Doch, Schlangen-Skyptur Ach, Topaz war das Ich dachte, ey, warte, das war Ich dachte, wir hatten Saphir Opal Topaz Hatten wir keinen Opal? Los, fall runter Jetzt gucken wir mal, wie die alle heißen, die Kasper Also doch Saphir, Opal, Rubin Ach, ich dachte, ein Smaragd haben wir noch Zucker In den Tags In den letzten zwei Videos Einiges falsch gemacht Naja Okay Aber wir haben alle vier Augen Gehen die Tür rein Peng Okay Oh, Junge Sehr gut So Dann sind wir wieder in der Haupthalle Und dann machen wir unsere drei Freunde erst mal zu Kle- Ach, zu Kleinholz Na, wer verarbeitet die Wände zu Kleinholz Okay Das Geld holen wir uns natürlich Sehr gut Dankeschön Aua Was mach ich denn hier? Na ja Nein So, dann Würde ich sagen Heilen wir uns Achso, ich wollte ja eigentlich vorher noch in die Stadt gehen Ja Äh Mach ich auch Bevor wir weitergehen Mach ich nochmal einen schnellen Abstecher in die Stadt Na, renn 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 Gut Aber soweit haben wir den Tempel geschafft Natürlich ist er noch nicht fertig, ist klar Dann müssen wir uns die Augen ja noch in die Bilder einsetzen Aber vorher rüsten wir uns auf Ungewöhnlich eigentlich Weil ich glaube, sonst im Spiel muss ich das nie machen Ich meine, die werden wir nicht alle brauchen, aber Ja Gekauft ist gekauft Wo ist denn der Magie-Shop? Gibt's hier keinen Magie-Shop? Really? Gut Dann müssen wir kurz nochmal in Äh Lore Wie ist die Stadt hier nochmal? Ich weiß es nicht Der Zoll nervt nur noch Der regt mich jetzt schon die ganze Zeit auf Oh So Hm Hm Nein, das ist ja nicht Ich glaube eins drüber Oder daneben Daneben Ist der das überhaupt? Ja Magier Willkommen Äh Jetzt muss ich aber selbst mal gucken Ich glaube Einen von den beiden brauchte man Wir holen mal Oh Neuen Stück YOLO Und Hiervon holen wir mal fünf Von denen holen wir alle nochmal ein Die haben wir ja immer erstens von den Den Baum Den Sonnenbaum Und was weiß ich mit wem Wer die alle bekommen haben Von dem dicken Kreifvogel Und vom Löwen Von Liams Vater Vorde Ok Oh nein Ich wusste das was ich wusste es ganz genau Loah Ich wusste das was ich nicht Ich wusste es ganz gut Ich wusste es ganz gut Ich wusste es ganz gut